Hallo liebe YouTuber, hier jetzt mal ein paar von meinen Retro Kassettenrekordern in der Hauptsache Walkmans von Sony. Hier haben wir zum Beispiel ein wetterfestes Kassettengerät, das auch noch vollständig tut. Die drei Primen sind alle erneuert und die Soundqualität ist auch ausgezeichnet. Ich nehme übrigens mit einem externen Sony Stereo Mikrofon auf, wenn ich über meine Rekorder gehe. Hier habe ich zum Beispiel einen Rekorder von Auvisio, mit dem kann ich dann entsprechend, der hat sogar Soft Eject. Da kann ich dann aufnehmen, auch Recording machen. Hier haben wir auch noch mal einen Sony Walkman. Der funktioniert auch noch tadellos. Wie gesagt, ein Auvisio, dann ein wetterfester Kassettenrekorde. Hier haben wir den Walkman DD2, also mit dem, wie heißt es, Disc Drive Capstan Servo. Und hier entsprechend ein paar Kassetten. Kassetten von Pioneer, Kassetten von Sony. Das sind Sammler-Kassetten, die man extra kaufen muss. Das war mal ein kleiner Ausblick zu meinen Kassettenrekordern. So, der Walkman DD2, der scheint noch eine kleine Reparantur zu bauen, denn er klackt. Aber das darf ja nicht weiter tragisch sein. Der Wepper-Puft-Rockman, der läuft einwandfrei. Der läuft jetzt allerdings in mir drauf. Und hier haben wir jetzt umgespult und können uns jetzt den Mega-Buzz anhören von Sony. Auch das Rewind läuft einwandfrei, denn die drei Primen sind von allen Kassettenrekordern in Ordnung. Ab und zu werden auch die Tonköpfe und der Capstan gereinigt. Mega-Buzz. Die kann man heutzutage alle bei Ebay sehr günstig erstehen, aber man muss genau aufpassen, dass man auch die richtigen Geräte und keine kaputten Geräte erwischt. Und das können wir wieder zumachen von Audisio. Ein sehr billiges Gerät, das man heutzutage auch noch bei Pern kaufen kann, zu einem Kaufpreis von ca. 25 Euro. Die anderen sind auch alles mehr oder weniger kleine Schätzchen, die ich bei Ebay gefunden habe. Alle für kleines Geld. Aber machen noch viel Spaß, weil ich habe auch noch sehr viele Musikkassetten. Ich habe Mix-Kassetten und ich habe auch noch jede Menge Geschichten, die ich dann meinen Enkelkindern vorspielen kann. Ein tragbarer Kassettenspieler mit Lautsprecher, Kopfhöreranschluss und Mikrofon. Nostalgie pur. Sie haben noch Musikkassetten aus den 70er, 80er oder 90er Jahren, aber keinen Kassettenspieler, um ihre Musikschätze wiederzugeben. Mit diesem Abspielgerät holen Sie sich ein Stück Vergangenheit wieder. Das war's. Über Daumen hoch, Kommentare und neue Abonnenten würde ich mich sehr freuen. Denn bald habe ich die stattliche Anzahl von 1000 Abonnenten erreicht. Thanks for subscribing, commenting, and thumbs up. See you. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020